Okay. Dann sehe ich das irgendwie... Nein, leider nicht. Ich muss auf ein Buffs drauf an, wenn die auffahren, zu wirken. Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. ... Und zwar macht er noch die Leoparden und hier die Zyklopen. Wir können sonst schon mal im KW helfen. E2, E3. Ob wir mit den Clans etwas erobern oder so. Wollen oder so. Wollen oder so. Wollen oder so. Wollen wir mit den Clans. Momentan war es. Wollen wir mit den Clans. Der Kai-Chi-Chi-Chi-Chi. Nilfheim. Satsuma. Jetzt fragten wahrscheinlich die anderen im Clans. Okay. Leopardenkrallen. Wollen wir mit den Clans. Wollen wir mit den Clans. Wollen wir mit den Clans. Was ist jetzt? Wollen wir mit den Clans? Wollen wir mit den Clans? Die Clans. Wollen wir mit den 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 Clans. Das heißt wirklich Respekt. Das heißt wirklich Respekt. Okay. Das heißt wirklich Respekt. Das heißt wirklich Respekt. Das heißt wirklich Respekt. Das heißt wirklich Respekt. Ich kann in den Clans. Ich kann in den Clans einigen. Ich kann in den Clans. Bei den Clans werden die Clans erhören. Ja, dann mache ich noch ein bisschen mit ihm weiter und wir sehen uns dann danach, wenn wir alles anders machen. Jo, also bis dann. Tschüss. So, wir sind gerade in einem Kampf mit den Eisern. Leider hauen sie die ganze Zeit ab. Die haben Angst vor meiner Beschwerden. Nein, die haben Angst vor dem Farandir und von seiner Kollegin, der Serfin. Und was machen sie jetzt? Die schauen blöd rum. Kommt. Ihr habt Angst. Wir werden einen netten Empfang, Saphira. Oh, jetzt muss ich. Komm schon. Falsches Bell. Ja, jetzt bin ich gestunnt. Ich verliere. Ach, komm, helft mir doch. Komm, helft mir doch. Ja. So dumm. So dumm. Die stauen mich mega. Die stauen mich schon wieder so lange und konnten nicht angreifen. Die waren so lächerlich. Oh mein Gott. Oh, schlimm solche Leute. Und die Eis hier sind so lächerlich. Oh, shit. Okay, man sieht, der Farandir ist Level 55 und auch tot. Okay, mir... Ach, komm, lassen wir die... Sollten die halt die Suspend haben. Und die Seraphim ist auch hier. Okay. Wo ist der andere, der Farandir ist. Ah, hier. Ich hab's aufgenommen. Ich hab's aufgenommen. So, noch einen Geheil kurz und... Mal schauen, ob sie immer noch da sind. Zu 50 sind sie da gewesen. Und da haben wir das Ding gar nicht einnehmen können, oder? Das ist immer noch uns. Ah, jetzt ist es denen. Ach, egal. Ja, so. Blöde kann man sein. Ob die brauche ich. Ich gönne denen auch mal was. Die haben schon, als ich bei den Eusen noch kurz besucht habe, waren die schon schlimm und peinlich. Na ja. Jetzt ist's ja gut. Können wir weiterleveln. Aha. Ja, wahrscheinlich verliert er. Keine Chance. Ach, komm. Halt... Aha, wieso kann ich nicht halten? Aha, weil ich gestunt bin. Ja, toll. Ja, toll. Habe ich halt ab. Ja, toll. Sie greifen mich wieder. So peinlich sind sie wieder so zu 50. Nein, zu 50, aber trotz. 3 sind hier und die 2 waren ja noch da hinten. Ach, egal. Ich find's cool. Ich find's gut, auch mal zu sterben. Ja, na ja, dann leveln wir mal für uns. Oder? Hey, schlaft mal weniger hier am Bind. Gibt all sie ihn sehr zu kloppen. Ja, das bringt's aber nicht viel, wenn wir nur einer haben hier. Und ich? Was soll ich ausrichten? Der andere ist hinter mir. Sag dir irgendwas. Hm. Ja, das bringt halt nicht viel. Wie die uns mit Übermacht angegriffen haben und fast gefeilt haben. Okay, geh ruhig machen. Später weiter. Weil sie mich nicht töten konnten, bis ich weg gestern war. Tja, immer dieses Duns voll die Weicheier. Gut, das ist vermutlich auch. Westliche Brücke, okay. Aber wieso westliche? Ist es diese Brücke wahrscheinlich. Dahin. Hm. Aber das bringt denen ja auch nicht viel. Ja, meist. Ich füge dich mal als Freund hinzu. Fah-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-